Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon in deine Woche, 11. bis 17. November. Ich habe das Kartendeck heute geteilt. Große Arcana, kleine Arcana. Und ich möchte einmal schauen, was dich da erwartet. Jungfrau, wir haben einmal die Gerichtskarte. Ein Wiederaufleben, Durchatmen, die Blockaden fallen, irgendetwas löst sich. Ach, guck da. Habt ihr das gesehen? Ich habe sie jetzt mal mit Absicht rausfallen lassen, weil das einfach so präsent war. So, meine Lieben, also, das sieht hier hervorragend aus. Bei dir geht es um den Themenbereich Gefühle, vielleicht sogar Liebe. Und da wird sich irgendwas auflösen. Finde ich eigentlich eine wahnsinnig schöne Prognose. Und ich möchte einmal auf die Numerologie hinweisen. 2 und 20. Wahnsinnig schön. Also, das heißt, es geht hier um etwas Zwischenmenschliches mit einem Menschen, wahrscheinlich auch mit einem Herzensmenschen. Man kommt sich irgendwie näher. Man schaut sich wieder direkt in die Augen. Da kommt es wieder zu einem Kontakt. Und gleichzeitig zeigt diese Karte immer an, dass da wieder eine Lebendigkeit reinkommt, dass da wieder ein Schwung reinkommt. Also, gerade wenn du mit deinem Herzensmenschen in letzter Zeit große Probleme hattest, großes Konfliktpotenzial, ist das hier in dieser Woche zu Ende. Und ihr habt die Chance und die Möglichkeit, das wieder aufzulösen. Und stattdessen in eine schöne, gesunde Lebendigkeit reinzukommen, ja. Also, das sieht hier tatsächlich extrem schön aus. Das ist eine Annäherung und auch was sehr, sehr Gesundes. Das ist mir nochmal wichtig. Das ist kein Ex-Freund, der sich irgendwie aus dem Nichts heraus meldet, sondern das hier ist wirklich eine gesunde Geschichte, die vorher vielleicht ein bisschen kritisch war, kriselig. Und jetzt wird das Ganze lebendig. Singles. Einmal kurz aufpassen. Hier ist die Chance, jemanden kennenzulernen, der wirklich auch sehr, sehr bereichernd für das restliche Leben ist, ist extrem groß, ne. Auch das zeigt diese Kartenkombination an und darfst du natürlich in dieser Woche für dich nutzen. Einmal kurz hinterher gesagt, ich zeige hier immer nur Prognosen, was möglich ist, was wahrscheinlich ist, ob ihr das dann nutzt oder zu Hause mit dem Hintern auf dem Sofa bleibt. Das dürft ihr selber entscheiden, ne. Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like und einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.